Wie mein Cousin viel verdient Nach dem Gespräch war ich sehr nachdenklich. Ich lag auf meinem Bett und grübelte. Ich wollte unbedingt eine Möglichkeit finden, viel Geld zu verdienen. Aber wie sollte ich das anstellen und wo sollte ich beginnen? Was Daryl so alles geschafft hatte, war schon erstaunlich. Aber er ist wahrscheinlich eine Ausnahme und in Amerika war alles bestimmt viel leichter. Und er war einer dieser Jungen, die ihren Eltern viel mehr erlauben. Und vielleicht war ich ja doch noch zu jung. Mit einem Mal fiel mir wieder ein, was Manny über das Selbstvertrauen gesagt hatte. Wenn ich mehr an mich glauben würde, dann wäre es viel leichter. Ich wäre fast wieder in die gleiche Falle wie gestern hineingetappt. Also beschloss ich, schnell wieder an mein Erfolgstagebuch zu schreiben. Zwei Punkte, die ich aufschreiben konnte, fielen mir sofort ein. Erstens, ich kann Geheimnisse gut für mich behalten. Und zweitens, ich habe nicht aufgegeben, als meine Mutter mich ausgelacht hat. Ich dachte einige Augenblicke nach. Bald hatte ich noch vier weitere Erfolge gefunden. Während ich einige Dinge notierte, dachte ich darüber nach, ob ich jemanden wie Daryl kenne. Sich mit so einer Person zu unterhalten, müsste doch ganz toll sein. Auf einmal erinnerte ich mich an Marcel. Einen Cousin. Der war nur zehn Monate älter als ich. Ich sah ihn nur ein, zweimal im Jahr. Aber so viel ich wusste, hatte er immer Geld. Er war aber ein echter Fiesling. Ich konnte nie so richtig mit ihm spielen. Aber vielleicht konnte er mir jetzt helfen. Ich rief ihn sofort an, obwohl es schon ziemlich spät war. Zum Glück war er noch auf. Kaum hatte ich ihn am Telefon, platzte ich gleich mit meinen Anliegen heraus. Marcel, hallo, hier ist Kira. Ich muss etwas Wichtiges mit dir besprechen. Ich will nächstes Jahr mit dem Austauschprogramm nach San Francisco und dafür brauche ich viel Geld. Meine Eltern können mir nicht helfen, also muss ich es verdienen. Marcel lachte. Nichts leichter als das, aber ich bin überrascht. Ich habe immer gedacht, du bist ein ziemlich blödes Huhn. Das sich nur für Puppen interessiert. Darum habe ich mich auch nie richtig mit dir unterhalten. Und jetzt stellst du auf einmal eine richtig vernünftige Frage. Am liebsten hätte ich aufgelegt. Was für eine Frechheit. Dieses arrogante Froschgesicht. Ich beherrschte mich mühsam. Sehr nett bist du nicht. Würdest du mir trotzdem verraten, warum du immer genug Geld hast? Marcel erwiderte, provozierend. Ich hätte gedacht, du legst jetzt sofort auf und heulst. Anscheinend bist du doch nicht so ein Weichei, wie ich dachte. Hm, weißt du, es ist wirklich leicht, Geld zu verdienen. Wenn der gewusst hätte, wie sehr ich gegen meine Tränen kämpfen musste. Aber ich ließ es mir nicht anmerken und fragte. Das ist leicht? Marcel gluckste übermütig. Geld verdienen kann man überall. Man muss sich nur umschauen. Der klang wirklich so, wie ich mir Daryl vorgestellt habe. Aber ich hatte da einige Zweifel. Marcel, was glaubst du, wie viele meiner Freunde gerne Geld verdienen möchten, aber sie finden nichts? Dann haben sie nie richtig geschaut. Wahrscheinlich spielen sie zu viel mit Puppen, entgegnete Marcel. Ich wurde langsam richtig böse, wenn er nochmal etwas von Puppen sagen würde. Aber er sprach weiter. Kira, hast du denn schon einmal wirklich nach Arbeit gesucht? Ich meine, hast du schon einmal einen ganzen Nachmittag über nichts anderes nachgedacht, als darüber, wie du Geld verdienen könntest? Ich musste ehrlich zugeben, dass ich noch nicht einmal auch nur eine Stunde darauf verwandt hätte. Im Grunde genommen hatte ich immer sehr schnell entschieden, dass es für mich wahrscheinlich eh keine Möglichkeit geben würde. Also verneinte ich. Siehst du, fuhr Marcel fort, darum hast du auch nichts gefunden. Wer nichts sucht, kann höchstens mit viel Glück etwas finden. Ich will dir immer sagen, womit ich so alles Geld verdiene. Ich habe eine eigene Firma. Du bist doch erst zwölf Jahre alt, genau wie ich, rief ich verwundert. Trotzdem habe ich eine Firma. Ich trage Brötchen aus und habe schon vierzehn Kunden, erklärte er. Tolle Firma. Jetzt war es an mir zu lachen. Du bist so etwas wie ein Zeitungsjunge, nur statt Zeitung trägst du Brötchen aus. Puppengehirn, knurrte Marcel. Es ist anders, als du denkst. Ich trage die Brötchen nämlich nur am Sonntag aus. Da kosten sie mehr als unter der Woche. Und die meisten Leute haben keine Lust, die Brötchen kaufen zu fahren. Also biete ich an, ihnen ihre Bestellung nach Hause zu bringen. Unser Bäcker ist ein netter Mann, der mir gute Ideen gegeben hat. Er verkauft mir die Brötchen zum gleichen Preis, den sie normalerweise während der Woche kosten. Also verdiene ich pro Brötchen ca. 10 Cent. Außerdem halte ich von den Kunden pro Bestellung eine Fahrtkostenpauschale in Höhe von 75 Cent. Ich habe pro Sonntag nicht mehr als zwei bis drei Stunden Arbeit und verdiene so über 70 Euro im Monat. 70 Euro, das ist ja Wahnsinn, rief ich begeistert. Und das ist noch nicht alles, ereiferte sich Marcel. An drei Nachmittagen arbeite ich in unserem Altenheim. Du arbeitest wo? fragte ich verblüfft. Im Altenheim. Ich gehe für die alten Leute einkaufen oder mit ihnen spazieren. Manchmal unterhalte ich mich auch einfach nur mit ihnen oder spiele mit ihnen. Dafür bekomme ich von der Heimleitung 5 Euro pro Stunde. Dadurch verdiene ich pro Woche noch einmal 35 bis 45 Euro. Das sind im Monat meistens 150 Euro. Ich war begeistert. Das ist ja zusammen über 200 Euro im Monat. Das ist ja echt cool. Ich überlege einen Moment. Aber bei mir ist kein Altenheim in der Nähe. Und du heißt nicht Marcel und du bist nur ein Mädchen, hänselte er mich. Du musst halt weniger darüber nachdenken, was nicht geht. Du musst nach Möglichkeiten suchen, die gehen. Da war es schon wieder. Ich musste an die Geschichte von Daryl denken. Der hatte sich darauf konzentriert, was er weiß, was er hat und was er kann. Und ich hatte mich auf das Altenheim konzentriert, das es bei uns gar nicht gab. Das war unüberlegt. Auch Manny hatte mit mir immer wieder darüber gesprochen. Marcel unterbrach meine Gedanken. Am besten du wirst dir klar darüber, was du gerne machst. Und dann überlegst du, wie du damit Geld verdienen kannst. So bin ich ja überhaupt erst auf den Brötchenservice gekommen. Ich fahre sowieso gerne Fahrrad. Und jetzt kann ich damit Geld verdienen. Das ist ein irres Gefühl. Echt stark. Übrigens klingere ich jeden Tag bei einigen Leuten und frage sie, ob sie nicht auch die Brötchen gebracht haben wollen. Mein Ziel ist es, 50 Kunden zu haben. Dann hätte ich über 250 Euro im Monat damit verdient. Ich war wirklich beeindruckt. Aber was hatte ich für Möglichkeiten? Ich glaube, mir fällt nichts ein, was ich tun könnte, seufzte ich. Was machst du denn gerne? fragte Marcel. Ich schwimme gerne und spiele gerne mit... Schnell verbesserte ich mich. Ich spiele gerne mit putzigen Hunden. Na also, rief Marcel eifrig. Und wie kannst du damit Geld verdienen? Mit Hunden Geld verdienen? Ich hörte mich wohl nicht mehr sehr intelligent an. Puppengehirn, rief Marcel. Du musst doch jeden Tag mit deinem Hund spazieren gehen. Ich muss nicht. Ich gehe gerne mit Manni spazieren. Widersprach ich. Und nenne mich nicht Puppengehirn. Puppengehirn. Und dass ich jetzt Geld verdienen könnte, mit ihnen spazieren zu gehen. Viele Dinge schossen mir durch den Kopf. Bis vor kurzem hatte ich noch gedacht, meine ganze Verwandtschaft sei ziemlich arm. Seit ich mich aber auf Geld konzentriere, dachte ich anders. Und so habe ich Marcel entdeckt. Die Sache mit dem Konzentrieren war schon beeindruckend. Und er weiß, wohin das alles noch führt. Ich musste wieder an Daryl denken. Irgendwann musste ich eingeschlafen sein. Am nächsten Tag in der Schule dachte ich weiter über meine Pläne nach. Es gab in unserer Nachbarschaft Napoleon, einen Mischling aus Schäferhund, Rottweiler und noch etwas. Sein Besitzer sah aus wie ein Werwolf. Seit einiger Zeit ging seine Frau mit Napoleon spazieren. Und die war gar nicht sehr glücklich darüber. Der Hund hörte auch nicht gut. Und wenn man nicht aufpasste, dann lief er einfach weg. Vielleicht lag es auch daran, dass die Frau einfach nicht gut mit Hunden umgehen konnte. Ihr Mann hatte einen leichten Schlaganfall bekommen und konnte nicht mehr gut laufen. Ich beschloss mit dem Werwolf und seiner Frau zu reden. Ich wusste aber noch nicht einmal ihren Namen. Auf dem Heimweg machte ich also einen Umweg und ging zum Haus von Napoleon. Am Tor des Hauses verließ mich der Mut. Was sollte ich sagen? Wie viel sollte ich verlangen? Konnte ich einfach so nach Geld fragen? Ich glaube, ich wäre einfach weggerannt. Aber Napoleon, der im Garten gedöst hatte, erkannte mich und kam zum Tor gelaufen. Er hatte die Angewohnheit, laut zu heulen. Der Besitzer kam ans Fenster, um zu schauen, wer da gekommen sei. Er fragte mich nach meinem Wunsch. Das war die Gelegenheit, jetzt oder nie. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und es sprudelte aus mir heraus. Ich möchte gerne an dem Austauschprogramm in die USA teilnehmen und dazu brauche ich Geld. Das möchte ich mir verdienen. Ich habe ihre Frau beobachtet. Die geht, glaube ich, nicht mehr gerne mit Napoleon spazieren. Da habe ich mir gedacht, ich biete ihn an, Napoleon jeden Tag auszuführen. Was halten Sie davon? Ich traute mich nicht, den alten Mann anzuschauen. Mein Kopf glühte. Mit freundlicher Stimme lud er mich ein. Das halte ich für eine ausgezeichnete Idee. Komm doch zu uns ins Haus, dann können wir in aller Ruhe darüber reden. Die Frau öffnete die Tür und wir setzten uns in die Küche. Ich traute mich erst gar nicht, den Werwolf anzuschauen. So grimmig sah der aus. Also war ich froh, dass seine Frau das Gespräch eröffnete. Weißt du, mir ist das wirklich zu viel, jeden Tag dreimal mit Napoleon spazieren zu gehen. Wenn ein anderer Hund kommt, dann kann ich ihn oft nicht festhalten. Traust du dir das denn zu? Napoleon bleibt immer bei Manni, erwiderte ich. Und der geht ja mit. Wir können es ja einmal zusammen ausprobieren. Ich habe gesehen, wie du mit Hunden umgehen kannst, mischte sich der alte Mann ein. Ich glaube, das kann niemand so gut wie du. Er wandte sich an seine Frau. Ella, da können wir vollkommen beruhigt sein. Das Mädchen ist ein Naturtalent mit Hunden. Ich glaube, sie kann fast mit ihnen sprechen. Ich musste mein Lachen unterdrücken, wenn der wüsste. Vorsichtig betrachtete ich den alten Mann, während er mit seiner Frau sprach. Von Namen betrachtet schien er gar nicht so gruselig zu sein, vielleicht ein bisschen geheimnisvoll. So als hätte er ein spannendes Leben gehabt. Aber dabei sah er gutmütig aus und irgendwie sehr weise. Der Mann wandte sich an mich. Wir sollten uns zunächst einmal vorstellen. Wir heißen Ella und Waldemar Hahnenkamp, ohne H nach dem A. Ich heiße Kira, Kira Klaus Müller, stelle ich mich ebenfalls vor. Angenehm, junges Fräulein. Herr Hahnenkamp nickte würdevoll. Dann möchte ich dir einen Vorschlag machen. Du gehst jeden Nachmittag mit Napoleon spazieren und bürstest ihn. Außerdem bringst du ihm bei zu gehorchen. Der alte Mann hielt für einen Moment inne. Was verlangst du denn für deine Hilfe? Ich bekam einen roten Kopf, darüber hatte ich mir noch keine Gedanken gemacht. Die beiden schauten mich erwartungsvoll an. Was sollte ich bloß vorschlagen? Ich weiß nicht so recht, sagte ich leise. Dann will ich dir einen Vorschlag machen, sagte der Mann. Was hältst du von einem Euro pro Tag? Ich rechnete leise, das wären ja 30 Euro im Monat. Das war fast dreimal so viel wie mein Taschengeld. Mensch, war das viel Geld. Aber die beiden deuteten mein Schweigen falsch. Sie dachten, ich sei enttäuscht. Darum schlugen sie vor. Und für jeden Trick, den du Napoleon beibringen kannst, erhältst du nochmal 10 Euro. Diesmal beeilte ich mich. Das finde ich ganz toll. Ich freue mich riesig drauf. Sie beide sind total nett. Die beiden schauten sich befriedigt an. Gut, dann kannst du heute Nachmittag gleich anfangen, schlug die alte Dame hoffnungsvoll vor. Selbstverständlich, antwortete ich. Dann verabschiedete ich mich rasch. Denn meine Mutter wartete bestimmt schon mit dem Mittagessen. Wie berauscht lief ich nach Hause. Wie leicht das mit dem Geld verdienen sein kann, dachte ich jubelnd. Ich strahlte wie ein Honigkuchenpferd. Fröhlich sang ich vor mich hin. Kaum war ich zu Hause, kuschelte ich Manni zärtlich. Dabei flüsterte ich ihm ins Ohr, dass ich jetzt viel Geld verdienen würde. Er gab mir feierlich seine Pfote. Ich konnte sehen, wie er sich freute. Nach dem Mittagessen rief ich sofort Marcel an. Auch ihm erzählte ich von meinem ersten Job. Na also, Kira, es geht doch. War alles, was er sagte. Ich war ein wenig enttäuscht, denn ich hatte erwartet, dass er mich loben würde. Aber dann fiel mir auf, dass er mich zum ersten Mal nicht mehr Puppengehirn, sondern bei meinem Namen Kira genannt hatte. Das war schon ein gutes Zeichen. Aber ich möchte dich auf zwei wichtige Sachen aufmerksam machen, hörte ich Marcells Stimme. Erstens solltest du dich nie alleine auf einen Job verlassen. Der kann schnell zu Ende sein, als du denkst. Schaue dich also sofort nach einem zusätzlichen Job um. Das schien mir zwar etwas übertrieben, aber ich beschloss seinem Rat zu folgen. Zweitens wird es mit Sicherheit irgendwelche Probleme geben, fuhr mein Cousin fort. Probleme, mit denen du jetzt noch nicht gerechnest. Dann zeigt es sich, ob du ein Puppengehirnweichei bist oder ob du es verdienst, Geld zu verdienen, wie ich. Wenn alles gut läuft, kann nämlich jeder Geld verdienen, aber wenn es schwierig wird, dann zeigt es sich. Mit seinem zweiten Tipp konnte ich nicht viel anfangen. Trotzdem bedankte ich mich höflich und ging mit Manni zu Napoleon. Wie ich es vermutet hatte, war Napoleon ein ganz lieber Kerl. Er freute sich riesig, dass er mit Manni spielen konnte. Die beiden jagten dem Bällchen hinterher, das ich mitgebracht hatte, bis sie erschöpft waren. Wenn wir an anderen Hunden vorbeikamen, hielt ihn allerdings nichts mehr. Ich beschloss, ihn in den nächsten Tagen als erstes beizubringen, sich auf Kommando zu setzen und hinzulegen. Dann würde ich ihm zeigen, dass er sich brav hinlegen sollte, wann immer ein anderer Hund ihm begegnete. Als ich schließlich wieder nach Hause kam, war meine Tante Emma zu Besuch. Sie wohnte zwar nur 35 Kilometer von uns entfernt, aber wir hatten sie eine ganze Zeit nicht mehr gesehen. Seit wir Manni hatten, war sie nicht mehr hier gewesen. Während wir uns begrüßten, fiel ihr Blick auf den weißen Labrador. Meine Mutter erklärte ihr, dass uns dieser Hund zugelaufen sei und dass wir den Besitzer nie haben ausfindig machen können. Sie schaute ihn sich sehr intensiv an, ihre Stirn kräuselte sich. Irgendwas schien nicht in Ordnung zu sein. Wie lange habt ihr den Hund schon, fragte sie, ohne ihre Augen vom Manni zu nehmen. Ungefähr neun Monate, erwiderte meine Mutter. Ich glaube, ich habe eine wichtige Nachricht für euch, sagte Tante Emma mit ernster Stimme. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wem der Hund gehört. Mir gehörte er, rief ich schnell. Nein, er gehört einem Mann, der bei uns in der Nähe wohnt, beharrte meine Tante. Die nackte Angst breitete sich in mir aus. Er gehört jetzt aber uns, weil er schon so lange bei uns ist, schrie ich trotzig. Meine Mutter schaute mich streng an. Schrei deine Tante nicht an, wo bleiben deine Manieren? In meinem Kopf rauschte es, mein Magen drehte sich herum. Ich empfand ein Gefühl der Panik und Ohnmacht. Wie von weit weg hörte ich meinen Vater sagen. Dann werden wir gleich morgen mit Manni zu diesem Herrn fahren und die Angelegenheit in Ordnung bringen. Mehr musste ich nicht wissen. Ich stürmte aus dem Zimmer, Manni lief hinter mir her. Kaum hatte ich mein Zimmer erreicht, schloss ich mich ein. Ich warf mich auf mein Bett und war wie betäubt. Aber eines wusste ich genau, niemals würde ich Manni wieder hergeben. Wir gehören zusammen. Nach dem, was wir alles zusammen erlebt hatten, lieber würde ich mit Manni weglaufen. Manni legte seinen Kopf auf meine Beine und schaute mich an. Ich musste gar nicht seine Stimme hören, sein Blick sagte mir genug. Er würde nicht von mir gehen. Vertraue und glaube, es wird nicht mehr,uci�a力 legate sein. ... Untertitelung des ZDF, 2020